Jo Leute was geht? Willkommen zurück zu Demon's Souls. Ich habe Frekel gefunden. Und wir können jetzt den alten Held weiter machen. Weil ich habe mir jetzt den Seelenstrahl gekauft und damit sollte der alte Held gar kein Problem sein. Also gar kein Problem. Und danach ist noch der Sturm König. Das sollten wir auf jeden Fall alles hinkriegen und dann können wir noch mal im Turm von Latria weiter gehen. Ja, so, let's go. Ist der Ton irgendwie weg? Der Ton ist weg. Liegt es an OBS oder liegt es am Game? Ah, nee. Ich glaube das Spiel hat sich kurz aufgehangen, kurz neu starten. Ey, der Ton ist schon wieder weg. Der Ton ist einfach komplett weg. Ein Lichter. - Ok, klingt gut. Autsch, jetzt bin ich mal gespannt wie viel Schaden ich mache, gar keinen, aber der geht durch, das ist schonmal etwas. Ah, die verteidigen deswegen. Die haben Death gemacht, deswegen habe ich nichts abgezogen. Ne, lass mich in Ruhe. Bin gespannt ob ich jetzt den Boss schaffe. Das war weh, das war scheiße. Das war's. Das war's. Das war's. Ich war durch. Das war's. Das war's. Das war's. Dunkle Mondscheinscherbe, sehr geil, Waffe einen Level höher machen. Also, es geht jetzt. Vielleicht nehme ich gleich Ring der Magischen Schärfe noch mit rein. Dann noch ein bisschen mehr Schaden. So, endlich war er wieder hier. Jetzt aber. Ja, das können wir überspringen. Ich wollte schon sagen, als ob er mich trifft. Ach nein, nicht jetzt. Mir fällt gerade auf, ihr seht gar nicht mein Leben. Wieso sagt ihr denn nix? Ihr seht wegen dem Follower Ziel doch gar nicht mein Leben. Juckt euch das nicht? Hä? Äh? Das war's für heute. Ah, bleib da stehen! Und wehe, du bewegst dich! Ah, bleib da stehen! Ah, bleib da stehen! Habe ich nicht voll viel Vollmondgras gesammelt? Wo ist das alles? Ist das alles schon verballert? Ah, bleib da stehen! 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 Ah, bleib! Ah, bleib da stehen! Das war's für heute. Das war's für heute. Oh, heiliger Fall, das ist cool. Das war's für heute. Es gibt hier aber noch irgendwie eine Abkürzung, wo man direkt runtersprengen kann, aber das war's für heute. Ach komm, scheiß auf dich. Scheiß auf dich. Okay. 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 Tsch. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Die Attacke ist echt scheiße. Okay. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Okay. Das war's für heute. 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 Okay. Das war's für heute. 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 Okay, jetzt. Nein. Oh ja, das war knapp. Richtig schön runtergekickt. Oh, die geben zweieinhalb tausend. Ist auch krass. Schon wieder 18.000. Und unten liegen glaube ich auch noch mal 14.000. Also Seelen kriegt man aktuell richtig viel hier. Aber auch nervös. Oh ja... Oh ja... Ich habe gerade 40.000 Seelen in den Müll geschmissen Wieso ist denn der Scheiß hier so schwer? Mann! 14, 12 Erhöht maximale MP das nämlich Ich bin aber auch 17 Mach mal an! Das finde ich 6,9 oder 10 Ich nehme beide mit Mal gucken welche ich einsetzen kann Ob ich noch laufen kann Scheiße über 50 Ich muss ohne Schild spielen Das ist es Wieso nimmt er das denn nicht automatisch aus dem Aus der Box 25 kann ich davon Ihr habt ein Hammer Müll, müll, müll Ok Abfahrt Also jetzt habe ich mal Mindestens doppelt so viel Death Falsch Falsch F Skoppel Scheiße Jetzt kann ich den hier nicht mit Deffen Das ist ähm clever Clever wie ich halt bin Aber ich bin gefühlt unbesiegbar Oh Nope Oh Am ich ragen? Wenn jemand über meinen Ragen klagt verstehe ich nicht wie es so dazu guckt Tada Wie hat Peter Lustig immer gesagt? Abschalten Oder wegschalten Einfach abschalten Das wird heute nicht mehr besser 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 Das wird heute nicht mehr按 Das war's für heute. Du, genug Demonsfalls für heute. Ach. Ne, ne. Ich kenn das ja. Ich weiß damit umzugehen. Hat der mehr Leben als die anderen? Ah ja, der gibt auch 1000. So'n Scheiß. Oh Mann, ey. Ich kann den Dingern einfach nicht ausweichen. Ich weiß nicht. Dafür bin ich zu'n Dulli. Komm schon, bitte. Lass mich einfach vorbei. Danke. Ach komm. Der ist nicht tot. Ich wusste es. Ich wusste es. Der schießt 10.000 mal nicht und dies eine Mal schießt. Hilfe. Hilfe. Ich komm gar nicht mehr zum Boss. Mir fehlt auch mein Schild, muss ich echt sagen. Komme ich an den Spacken nicht einfach so vorbei. Das wäre so viel entspannter, als wenn ich jedes Mal gegen die kämpfen muss. Ich hörte es. Ich versuche es.